Hi, Hallihallo, mein Name ist Wladow Ranević. Hast du gewusst? Gegen Ende 2021 wurde ein Lyric-Band von mir herausgegeben. Der Herausgeber war Spiral-Kanäle-Förderverein aus Liechtenstein. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem Förderer bzw. bei der Förderer dieser Herausgabe bedanken. Diese Unterstützungen ehren mich sehr. Vielen lieben Dank. Der Band beinhaltet sechs Teile. In diesen sind meine Gedichte abgebildet, die ich schon veröffentlicht habe bzw. gelesen an verschiedenen Stellen in verschiedenen Zeiten. Zum Beispiel Theater am Kirchplatz in Liechtenstein habe ich zuerst 1997 gelesen. Dann sind dabei Gedichte, die schon in einem Online-Magazin in Bosnien-Herzegowina veröffentlicht wurden. Dann Gedichte, die ich an einem Traduki-Abend im Kunstmuseum Liechtenstein vorgetragen habe. Dann auch später an der Neueröffnung des Literaturhauses Liechtenstein. Und noch gab es eine Aktion namens KULTUR 2020 in WADUZ. Und schlussendlich sind da einige Gedichte, die ich... des internationalen Lyrik-Festivals Printan the Poet in Luxemburg 2020 vorgetragen habe. Es gibt eine deutsche und kroatische Textversion. Das Buch hat 104 Seiten und 8 Illustrationen, die ich gemacht habe. Naja, Cover war auch von mir designiert. Ich hoffe sehr, dass es dir gefällt. Es würde mich sehr freuen, wenn du ein Exemplar davon bestellst und mir danach sagst deine sehr geschätzte Meinung. Bis dahin grüße ich herzlich und wünsche alles Bestes. Immer und für ewig. Ja! Bis zum nächsten Mal.